Nachdenkseiten Die kritische Website Wie viele ausländische Militärs sind in Deutschland stationiert? Und was kostet dies den Steuerzahler? Bundesregierung legt Zahlen vor. Ein Beitrag von Florian Warweg. Die Bundestagsabgeordnete und Obfrau im Auswärtigen Ausschuss, Sevim Dadelen von Die Linke, hat die Bundesregierung gefragt, welche Kosten der deutsche Steuerzahler seit 2021 für die in Deutschland stationierten ausländischen Truppen und den Ausbau derer Militärbasen zu tragen hatte. Zudem bat sie um eine genaue Aufschlüsselung der Anzahl der derzeit in der Bundesrepublik stationierten Soldaten. Die Antwort der Bundesregierung liegt in Nachdenkseiten vor. Der Wortlaut der schriftlichen Frage der Bundestagsabgeordneten Sevim Dadelen an die Bundesregierung. Zitat. In welcher Höhe entstanden seit 2021 Kosten für beziehungsweise durch in Deutschland stationierte Truppen der Vertragspartner des Vertrages über den Aufenthalt ausländischer Streitkräfte in der Bundesrepublik Deutschland vom 23. Oktober 1954? Bitte entsprechend der Jahre 2021 und 2022 getrennt für die Vertragspartnernationen unter Angabe der Anzahl der stationierten Soldatinnen und Soldaten Gesamtkosten, Verteidigungsfolgekosten und Kosten zur Durchführung von Baumaßnahmen aufführen. Zitat Ende. Antwort erfolgte im Namen der Bundesregierung durch den parlamentarischen Staatssekretär des Bundesfinanzministeriums Dr. Florian Tonka. Laut der Darlegung der Bundesregierung sind derzeit, Stand Mitte Mai 2023, noch 38.361 US-amerikanische, 286 britische und 599 französische Soldaten in der Bundesrepublik langfristig stationiert. In der den Nachdenkseiten vorliegenden Kostenaufschlüsselung sind auch noch Ausgaben für niederländische, belgische und kanadische Truppen in Deutschland aufgeführt. Diesbezüglich erklärt die Bundesregierung allerdings, dass sie deren konkrete Anzahl nicht nennen kann und begründet dies bezeichnenderweise wie folgt. Zitat. Daten zu weiteren in Deutschland stationierten Gaststreitkräften konnten in der zur Verfügung stehenden Zeit nicht ermittelt werden. Zitat Ende. Man sollte eigentlich meinen, die Bundesregierung verfüge grundsätzlich über eine genaue Auflistung aller in Deutschland stationierten Gaststreitkräfte. Dies scheint aber, zumindestens der Antwort der Bundesregierung folgend, nicht der Fall zu sein. Die Aufschlüsselung der Bundesregierung, um die es im Folgenden geht, ist im Schrifttext am Ende verlinkt. Der Aufschlüsselung zufolge betrugen die Gesamtausgaben aus Steuermitteln des Bundes für in Deutschland stationierte ausländische Soldaten allein für das Jahr 2022 genau 132.169.859,58 Euro. Wenig überraschend ging ein Großteil davon, rund 110 Millionen Euro, in die Finanzierung von Bewirtschaftung und Ausbau der US-Stützpunkte wie Rammstein, dem Dreh- und Angelpunkt für die weltweiten völkerrechtswidrigen US-Drohnenkriege und derzeit auch die zentrale logistische Basis für die militärische Unterstützung der Ukraine. Angesichts der geringen Mannstärke der noch in Deutschland stationierten britischen Truppen fallen die in Relation gesehenen enormen Steuermittel auf, die für deren Unterhalt gezahlt werden. Obwohl die Briten mit nur 286 Soldaten lediglich 0,75 Prozent der US-amerikanischen Truppenstärke aufbringen, erhielten sie für das Jahr 2022 über 8 Millionen Euro allein für die Bewirtschaftung, sogenannte Verteidigungsfolgekosten. Das entspricht über 38 Prozent der US-Summe. Für das im Vergleich zu den Briten doppelt so starke französische Kontingent in Deutschland von 599 Soldaten werden lediglich Kosten in Höhe von 657.205 Euro angegeben. Großbritannien erhielt also für 2022 vom bundesdeutschen Steuerzahler umgerechnet rund 30.000 Euro pro Soldaten, Frankreich 1.097 Euro und die USA landen bei einem Schnitt von nur 555 Euro pro Kopf. Ähnlich ausgeprägt ist auch das Missverhältnis in der Finanzierung von Baumaßnahmen auf den Stützpunkten der in Deutschland verbliebenen Siegermächte, in der Sprachregelung der Bundesregierung Gaststreitkräfte genannt. In der den Nachdenkseiten vorliegenden Auflistung heißt es dazu, für die Durchführung von Baumaßnahmen der Gaststreitkräfte für die Jahre 2021 und 2022 hat der Bund folgende Kosten getragen. Zitat Ende. Dann folgt eine Auflistung, bei der man sich ebenso fragt, wie sich diese Ausgaben in Millionenhöhe für Baumaßnahmen der britischen Streitkräfte erklären, gerade auch, wenn man dies mit den Summen vergleicht, die für die französische Seite aufgeführt werden. Exemplarisch sei aus der Auflistung zitiert für das Jahr 2021. An die amerikanischen Streitkräfte erging eine Kostenerstattung an die Länder abzüglich Rückerstattung durch die Gaststreitkräfte von über 90 Millionen Euro. Die französischen Streitkräfte erhielten 0 Euro, die britischen Streitkräfte über eine Million Euro. Erstaunlich erscheint in diesem Zusammenhang auch, dass die Antwort vom Finanzministerium übermittelt wurde. Denn die Verantwortung für die Finanzierung von ausländischen militärischen Liegenschaften in der Bundesrepublik liegt eigentlich nicht beim Finanzministerium, sondern beim Auswärtigen Amt und dem Innenministerium. So ist das Auswärtige Amt zum Beispiel in der Bundespressekonferenz auch immer Ansprechpartner gewesen, bei Fragen zur Finanzierung des Neubaus des US-Militärkrankenhauses in Ramstein, dem größten außerhalb der USA, bei dem Deutschland die kompletten Planungskosten von 150 Millionen Euro trug. Wohlgemerkt, dies alles für ein Krankenhaus auf deutschem Boden, in dem ausschließlich US-Militärangehörige behandelt werden. Deutsche Patienten haben dort keinen Zutritt. Der damalige Direktor des Amtes für Bundesbau, Christoph Strohschneider, erklärte 2017 gegenüber dem Deutschlandfunk, Zitat, Die Nachdenkseiten befragten die Initiatoren der Anfrage, Sivim Dadelen, zu ihrer Bewertung der Antwort der Bundesregierung. Dadelen fordert unter anderem einen Abzug der US-Truppen, inklusive der in Deutschland gelagerten US-Atomwaffen, und verweist darauf, dass die genannten Millionenbeträge sinnvoller in soziale Maßnahmen gegen Kinderarmut investiert werden sollten. Sie sagt, Wer wie die Bundesregierung fast jedes fünfte Kind in Deutschland in Armut groß werden lässt, gleichzeitig aber die Stationierung von US-Truppen mit über 110 Millionen Euro subventioniert, setzt die falschen Prioritäten. Das Geld der Steuerzahler sollte nicht länger für den Ausbau der US-Militärinfrastruktur verpulvert werden, die wie in Rammstein für völkerrechtswidrige Kriege und Drohnenmorde genutzt wird. Nach 78 Jahren ist es an der Zeit, dass die US-Truppen nach Hause gehen und ihre in Deutschland gelagerten Atomwaffen gleich mitnehmen. Zitat Ende. Quellenangaben und weiterführende Verlinkungen finden Sie im Text auf www.nachdenkseiten.de oder im Beschreibungstext unter dem YouTube-Podcast. Dieses Audio konnte nur entstehen, weil zahlreiche Leser und Leserinnen die Nachdenkseiten fördern und durch Spenden unterstützen. Wenn Sie auch etwas tun wollen, klicken Sie einfach den entsprechenden Button auf unserer Website an. Übrigens, Sie können uns auch bei iTunes, Soundcloud und YouTube hören und wenn Sie mögen, gerne unseren Kanal abonnieren und eine positive Bewertung für uns abgeben. Wir freuen uns über Ihre Unterstützung und die Weiterverbreitung unserer Inhalte. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.